Serien gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Ich möchte euch heute aber fünf Serien vorstellen, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar gelaufen sind und die ihr euch aber unbedingt reinziehen solltet. One Punch Man. Ja, für viele Anime-Fans wird das hier kein Geheimtipp sein. Aber ich möchte gerade auch den Leuten diese Serie ans Herz legen, die vielleicht mit Anime nicht so viel anfangen können. Denn bei dieser Serie wird sich sehr viel auch über Animes lustig gemacht. Es werden hier sehr viele epische Szenen aufgebaut, die man aus klassischen Animes auch kennt, aber eben im Vergleich zu anderen Animes teilweise dann sehr anders, sehr lustig aufgelöst. Und überhaupt fragt man sich, wie man eine Serie bauen kann um einen Charakter, der mit einem Schlag jeden Kampf beendet. Aber es funktioniert wahnsinnig gut. Das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Welt super lustig geschrieben ist. Wir haben es hier mit einer Welt zu tun, die in verschiedenen Stadtsektoren spielt, wo es immer irgendwelche Monsterangriffe gibt. So Kaiju-artige, Godzilla-artige Wesen werden immer wieder die Stadt angreifen. Und es gibt auch verschiedene Superhelden, die versuchen, eben gegen diese Monster zu kämpfen. Und im Zentrum davon steht eben die Titelfigur One Punch Man. Und das, was sehr lustig ist an dieser Serie, ist, dass er der einzige Charakter ist, der gar nicht wie ein Anime-Charakter gezeichnet ist. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Für Anime-Fans sowieso ein Muss, aber auch für alle, die mit Animes vielleicht gar nichts anfangen können, schaut da mal rein. Ihr werdet vielleicht sehr überrascht sein. Die Discounter. Das ist eine deutsche Mockumentary-Serie. Das Ganze spielt, wie der Name schon sagt, in einem Discounter. So ein bisschen in Anlehnung an vielleicht, wenn ihr das kennt, Stromberg oder sowas. So in dem Stil ist das gehalten. Und das Ganze spielt, wie der Name schon sagt, eben in einem Discounter. Es geht hier sehr viel um so Alltagsproblematiken und generell, wie das Alltagsleben so in so einem Supermarkt abläuft. Natürlich auch hier wieder sehr überspitzt dargestellt. Und das Ganze bringt auf jeden Fall noch so einen kleinen Touch Gesellschaftskritik mit rein, was ich sehr, sehr gut finde. Besonders die schauspielerische Leistung über dieser Serie möchte ich hervorheben. Es ist ein sehr unbekannter Cast, der hier in dieser Serie mitspielt. Aber die bringen eine wahnsinnige Spielfreude mit. Ganz, ganz viele Szenen in dieser Serie sind improvisiert worden. Besonders hervorheben möchte ich hier Merlin Sandmeier. Ein Name, den man wahrscheinlich noch nie gehört hat. Ein sehr unbekannter Schauspieler, der in dieser Serie den Security Guard spielt. Also den Security Man von dem Discounter. Und das ist einfach großartig, wie der das spielt. Er hat so auch so eine klassische Opferrolle, wird immer von den anderen gemobbt und so. Und das ist aber, ja, einfach schauspielerisch macht das unglaublich viel Spaß. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Wirklich ganz, ganz großartig. Chernobyl. Viele von euch werden jetzt vielleicht sagen, das ist doch kein Geheimtipp. Die Serie war eine Zeit lang sehr gehypt. War auch lange Zeit bei IMD auf Platz 1 der bestbewertesten Serien aller Zeiten. Trotzdem möchte ich sie gerne hier nochmal erwähnen, weil ich der Meinung bin, dass sie dann im Laufe der Zeit doch immer wieder so ein bisschen verschwunden ist. Diese Serie ist einfach so großartig gemacht. Ich kenne keine andere Serie, auch, glaube ich, keinen anderen Film, der ein reales Ereignis nimmt und daraus eine Spielfilmserie macht und gleichzeitig aber so nah an den realen Ereignissen dranbleibt. Da ist so viel drin, was man so noch neu erfährt über dieses ganze Geschehen, was da abgelaufen ist, über dieses Unglück. Was sehr, sehr schön ist bei dieser Serie, ist, dass auch immer mit dem Wissen des Zuschauers gespielt wird. Weil jeder weiß ungefähr, was da bei Chernobyl abgelaufen ist. Die Protagonisten in der Serie wissen das aber oft dann nicht. Da gibt es ganz, ganz viele Szenen, wo man einfach sofort Gänsehaut bekommt. Was mich persönlich auch sehr beeindruckt hat bei dieser Serie ist, dass ich immer wieder zwischendurch auch verschiedene Ereignisse gegoogelt habe, weil ich nicht glauben konnte, dass das wirklich so passiert ist. Also man kriegt da nochmal einen ganz anderen Einblick auch auf dieses Unglück. Da werden viele Informationen auch für euch dabei sein, die ihr noch nicht wusstet darüber. Chernobyl, absolut großartig. Eine Serie, die jeder gesehen haben sollte und wahrscheinlich danach nie wieder anschauen möchte. Love, Dad & Robots. Ja, eine Animationsminiserie. David Fincher und andere Produzenten haben hier kleinen Animationsstudios die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen Projekte zu verwirklichen. Dadurch ist eine Sammlung entstanden von verschiedenen Kurzfilmen. Die einzelnen Folgen dauern hier zwischen 4 und 20 Minuten, wo einfach kleine Geschichten erzählt werden mit absolut genialen Animationen und auch ganz, ganz tollen Geschichten. Das ist einerseits so schön zu sehen, was da so alles rauszuholen ist, wenn das Geld da ist und wenn den Leuten die Zeit gegeben wird, da ihre eigenen Projekte eben zu verwirklichen. Wir haben hier ganz, ganz großartige verschiedenste Animationsstile. Da ist, glaube ich, für jeden irgendwie auch mal was dabei. Gleichzeitig haben wir ganz, ganz tolle Geschichten. Ja, also hier werden teilweise philosophische Geschichten erzählt, sehr viele coole Science-Fiction-Ideen werden hier eingearbeitet. Und es ist auch so schön zu sehen, dass es oft gar nicht mehr braucht, als diese paar Minuten, um eine tolle Geschichte zu erzählen. Teilweise haben wir Folgen drin, die sind 10 Minuten lang oder für eine Viertelstunde. Und da ist aber Stoff drin für den ganzen Spielfilm. Trotzdem wirkt das Ganze nicht gehetzt. Schön zu sehen, dass es oft eben auch viel kleiner sein kann und trotzdem eine sehr schöne Message oder eine sehr schöne Geschichte hier erzählt werden kann. Love, Dad und Robots, wenn ihr Bock habt auf geile Animationen, auf supertolle Geschichten und vor allen Dingen auch sehr dreckige, brutale Geschichten, dann solltet ihr euch das unbedingt reinziehen, unbedingt anschauen. The Beer. Diese Serie ist in Deutschland auf Disney Plus 2022 erschienen und sie wurde von Disney Plus als die beste Serie des Jahres beworben. Ob das wirklich stimmt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber was interessant ist, ist, dass die Serie irgendwie gar nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Deswegen möchte ich sie euch heute mal gerne ans Herz legen. Es ist eine Geschichte darüber, wie ein Koch, der in dem besten Restaurant der Welt gearbeitet hat, jetzt eine kleine Küche übernimmt, ein Geschäft seines Bruders, die eben so Sandwiches verkaufen. Es gibt einen Einblick in so eine Küchenwelt. Und das ist irgendwie sehr interessant, weil wir haben ganz, ganz viele Serien über Krankenhäuser, wir haben viele Serien über Büros zum Beispiel. Aber es gab noch nie so was in der Küche. Und auch da bietet sich ganz, ganz viel Potenzial, dass hier auch absolut ausgeschöpft wird, eben solche Geschichten, solche Serien zu erzählen. In dieser Serie ist es so, dass der komplette Cast längere Zeit wirklich in Küchen arbeiten musste. Und das merkt man. Man merkt den Schauspielern an, dass sie da wirklich auch Erfahrungen selber gesammelt haben. Ich selber habe auch schon im Service gearbeitet, an verschiedenen Stellen. Es hat sehr, sehr stark diesen Flair, den man daraus kennt. Wie da miteinander gesprochen wird. Dieser Stress in dieser Küche kommt unglaublich gut in dieser Serie rüber. und eben auch dieses Verhalten untereinander, dass man sich dann teilweise nur noch anschreit, gegenseitig zur Sau macht und dann am Ende des Tages aber doch wieder zusammen an einem Tisch sitzt, sich gut versteht und gemeinsam eben an einem Projekt arbeitet. Also wer da Einblick haben möchte, mal in diese Welt von der Gastronomie, eben in der Küche, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das Ganze ist noch gepaart mit so einer sehr tragischen Familiengeschichte, die so über das Ganze ein bisschen drüber gestülpt wird. Und die aber auch sehr dezent erzielt wird. Also auch da muss man immer so den einzelnen Szenen gut aufpassen. Es werden immer nur so kleine Informationen reingeträufelt und so erst nach und nach ergibt sich da ein gängiges Bild. Also eine spannende Geschichte, unglaublich gute Szenen. Die Intensität dieser Serie ist brillant. Man spürt richtig den Stress der Küche selber beim Zuschauen. Also wer da mal Einblick haben möchte, unbedingt anschauen. Welche Serien-Geheimtipps könnt ihr noch empfehlen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Um nichts mehr von mir zu verpassen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!